Weil ich sehr hart konzentriert war. Nudeln mit Hackfleisch und Tomatensauce und gaaas viel Käse. Ja, es sind halt nur keine Spaghetti-Nudeln. Der kann dich ranziehen und macht ganz viel Schaden und ja. Der war nach dem Re-Work auch ein bisschen OP, aber dann haben sie jetzt ein kleines bisschen genervt. Sich ranziehen und ein bisschen Schaden, habe ich ja gesagt. Ihre Bälle präsentieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Bottling ist zumindest mal keine Premade. Da weiß ich ja, wer keine Gangs bekommt. Ja. 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 Komm schon. Ja. 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 Da weiß ich nicht. Ja. 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 Da ist es Die Geister der Vergangenheit. Marvin freut sich. Es liegt etwas in der Luft. Nichts ist gerundlich zu tun. Du hast keinen Mumm in den Knie. Aber es ist kein Mumm. Schau nicht so, Grimme. Das ist das Inde. Ich bin kein Magnus. Uh! Ah, schade. Da müsste ich doch noch einen Autodetekt drauf holen sollen. Und healen. Na egal. Nur einen Platz auf der Platz hier. Hm. Wir haben immer noch etwas. Oh. Das war's für heute. Okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Achtung, ja, hatte ich gerade eben jetzt kurz, aber jetzt kommt nicht, aber jetzt wieder, ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht, wahrscheinlich vielleicht durch den Buff oder so, ich habe keine Ahnung. Ah. 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 Stimmt, das konnte er, das konnte er früher irgendwie schon, aber da haben alle auf der ganzen Map glaube ich. Ah. Na dann. Ah. 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 Achtung an sie Wenn die Level 6 ist, wird die nervig dir echt. Bei uns ist hier ein Watt. Jetzt schon bei denen auch Wolli-Bär. Und das. Ja, geil. Mach das noch 18 mal, äh 12 mal dann. Hm, alles im Atom bisher. Bestimmt. Wenn wir aufhören, echt, hat das auch ihre Ulti. Mist. Ah, laufe. Was war denn das für ein Damage auf einmal? Achso. Hohoho. Oh. Hm. Du hast keinen Mund in den Knochen. Oh, ich hab mich extra mal hinten zum... Ich bin schon weg. Drake haben wir schon. Achtung, da ist Morgana bei dir, Alex. Ah, okay. Dann gehen wir gleich nochmal rein. Ich glaub, Hansi macht bald mehr Damage als wir zwei zusammen. Äh. 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 Achso, du hattest den Ulti auf mir, dann hätte ich Heal gar nicht brauchen. Voll vergessen, dass du so ein Ulti hast. Der Tod sollte das Ende sein. Jeder Schuss ein Treffer. Oh, 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 oh. Achtung, da ist Volibear. Bei uns unten. Oh, 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 oh. Nein, doch. Schaden. Oh, fuck, oh, fuck. Triple kill. Scheiß Dwayne. Also, Hansi, unsere Bottle inläuft. Ich schlafe, wenn du... Ich schlafe, wenn du... Ich schlafe, wenn du... Volleybeer ist bei uns unten. Oh, okay. 1 Sterne Uldi haben sie. Komm ran. Meiiin. Wir passen. Wir passen. Wer kann sie? Achtung. Achtung. Kann sie? Keirutmesser? Hast du noch Mana oder so? Jeder Schuss ein Treffer. Okay. Oh Achtung Darius kommt runter. Ich glaube ich habe ihn lieber ganz weit weg. Da wäre ich mir nicht so sicher. Oder beim Drake. Nichts ist kälter als Beton. Hm. Dann sind wir. Ich schlafe wenn sie... Auf die Esch? Na jetzt haben wir ihn ja noch weg. Nein. Woh. 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 Woher kommt der Volleybear-Wäumer? Fack. Ich. 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 Wenn dann. Aber. Und Schuss. Nooo, Ultras Lauf, Riven, lauf Oh Mann, wie schnell ist'n die? Ja! Oh Mann, wie schnell ist'n die, Alter? Schau nicht so grimmig. Oh, das wollte ich auch noch und tschüss. Achtung, da sind auch noch Wolli-Bände in der Nähe. Ich komm aber auch mal, geh da rein. Sollten wir, glaub ich, in die Mitte oder so gehen. Ich komm auch mit. Wir haben noch Red-Buff, ich komm den ja hoch. Da schaut auch. Ja. Ich bin kein Magier. Da ist Darius im Busch. Oh. Zack. Wir alle, dann kriegen wir eigentlich. Komm schon. Ah. Ah, fuck man. Leck mich Arsch. Ja. Ja. 13. Null, Alter. Da oben. 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 Ja man, ja man. Ja! Darius lebt wieder, Ace lebt wieder, Morgana lebt wieder, Volleyball lebt wieder. Ja, bevor die Ace-Ulti kommt auch vor allem. Nehmen wir den Red Buff in so okay ist. Ich muss nur gucken, dass ich halt echt raus bin aus diesem Darius. Oh, wir müssen wohl in die Mitte. Oh. Ich muss mal geschwimt back. Ich bin grad nicht bei euch, wollt ich nur sagen. Ja, push mal einfach den Inheb, solange die noch tot sind. Oh, wohl so lange ist das nicht mal mehr. Ja, Ace ist in 5 und die Morgana in 10. Der Volleyball kommt von hinten, von der Seite. Ich halte mal vor Porten ab. Ich bekomme halt jetzt erst. Oh, Laufliebel von der Ace-Ulti kommt. Nein! Nein! Haben sie auch so Ulti? Oh fuck. Alter, wo kam der Swain jetzt auf einmal her? Fuck off. Leck mich am Arsch, da kommt der Typ auf einmal auf Zeit. Und ich hab mich schon gefunden. Ich rennen. Oh. Und Schiss. Läschern kannst. Hau ab, irgendwie. Geht mal nach der Mitte, gucken mal ob ihr den Inheb beschützen könnt. Gut. Ich bin aber erst in 13 wieder da. Kill die Ace mit Instant. Schnell! Ich bin auch wieder gleich bei dir, Hamish. Äh, Marvin? Was ist gerade so gegangen? Arsch. Und ein Volibear? Ja. Aber es wäre cool, wenn irgendwer auch hier, wenn irgendwer mal hier bleiben könnte. Weil wenn der Darius alleine rein, dann kann ich den Inheb nicht halten. Du hast keinen Mumm in dem Knopf. Wer bist du da bist? So. Okay. So. Okay. molly bear ne der macht nur das kleine fischli wollen wir den dragon vorbereiten nicht weiten da kommen wir gerne kommen die gehen wir runter und holen uns doch die ace ok die ist tot da ist Morgana warum ist ein dragon? der Volibear ist nicht beim dragon oder wo? so ist zumindest einer ist es ja mal gucken ob die blühen noch da steht ne die leben auch gleich alle wieder wir müssen das nächste mal wieder welche killen dann easy peasy das ist Ribi das ist Ribi Ribibear läuft in unserem jungle Ribibear läuft in unserem jungle ok ok was? die gehen irgendwo hier zu uns hin weiß noch nicht wo genau die stehen alle direkt daneben ja und tschüss wuhu läuft 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 ja na das sollten wir auf jeden Fall hin schau nicht ok jetzt sehen wir halt leider gar nichts mehr so schnell sterbe ich nicht so schnell sterbe ich nicht nein können wir nicht contesten auf raus was? wir hatten der sich hochgeheilt achso Darius hat keine Heal aber das scheiß item ich habe zu spät mein Heal gedrückt sonst hätte ich überlebt Alex Kuss 22 2 what? ne die Riven sind einfach nur scheiße Darius ist deutlich schwächer als wie das früher war ne Ja, aber früher hat er tatsächlich, ja gut, klar, du kannst auch mehr einen Yana auf die Top-Gate stellen, wenn sie 22-2 hat und macht das auch alles fertig. Ui, bist du rein? Nein! What? Hier geht das, ich springe den Ding weg. Hm. Hm. Ich bin kein Magier. Ich ziehe nur. Das Gute ist halt, so hundertprozentig vorbei ist es nämlich. Wenn wir nur irgendwie schaffen, den Darius einmal rauszunehmen in Fight, ist es vorbei, weil der Rest ist halt... Okay, und der ist Wayne. Das Problem ist dann erstmal, du musst halt ihn erstmal erwischen. Achtung Alex. Wir machen Swaynes beim Drachen. Warte, mein Reddy ist weg. Wow! Wow! Nein! Hau ab, hau ab! Okay, okay. Aber jetzt nicht zu übertreiben. Ich bin halt tot. Oioioioioi. Alter Alex, was machst du jetzt? Jetzt holt euch den Inhieb. Ja, gut. Je im Late Game. Das Spiel ist scheiße. Alles war verloren. Und dann kann die 37. Minute. Je im Late Game. Ja, die sind halt immer noch fast tot. Geht mal auf die Bot. Rotier mal runter auf die Bot. Was willst du denn da oben? Kann dir eh keiner denken. Ich muss weiter. Na, hätte lieber eine Bot. Toll noch holt. Nochmal Gold. Also gut zu wissen, dass Alex allein gegen Dario stehlen kann. Oder so. Ich bin schon gerade alleine gekillt. Oder so halb. Achso. Ich habe ihn gar nicht gesehen in dem Fall. Ich habe gesagt, das war schon die ganze Zeit. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Quecksilberscherpe. Schleiteturse. Gibt aber halt mittlerweile AD. Doch, auch dazu. Ach, okay. Das ist adaptiv. Ja, cool. Ache ist gerade unten. Na, dann komm mal mit hoch. Komm, pushen wir irgendeine Lane ist da in der Mitte. Bring uns nicht viel. Rotieren wir halt mal Bot oder so runter. Achtung, wir sollten ein bisschen weg. Marvin ist ein bisschen arg hinter uns. Oh shit. Oh shit. Marvin kommt. Uh. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ja, ich weiß. Ich wollte nur sagen, dass wir hier vorher pushen können. Ich weiß. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß. Wie wäre denn hin und weit weggewandelt? Was ist das denn her? Naja, ich bin jetzt in der Mitte. Das ist ja schon dabei. Vielen Dank.